hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren und damit letzten video für das jahr 2020 heute möchte ich euch zeigen wie ich diesen redemptor dreadnought für meine blood angels bemalt habe die blood angels ist auf jeden fall ein etwas größeres projekt was ich mir vorgenommen habe für das kommende jahr da habe ich mir schon jede menge miniaturen besorgt und habe auch einiges schon gebaut allerdings muss jetzt natürlich auch vieles davon noch bemalt werden die ersten beiden fertigen modelle meiner zukünftigen blood angels armee sind einmal dieser redemptor dreadnought wo ich einfach voll bock drauf hatte den anzumalen weil ich das einfach ein super modell finde mir gefällt das richtig gut und ich habe einen standartenträger für die zweite kompanie der blood angels schon bemalt das werde ich euch an dem kommenden jahr zeigen und was uns nächstes jahr auch noch erwartet auf meinem kanal ist zum einen einen großen hüter der geheimnisse glaube ich heiße genau lord of change herrscher des wandels genau herrscher des wandels sorry der wird nächstes jahr auf jeden fall kommen der liegt ja noch im gussrahmen und allariel die ever queen für die silverness von age of sigma die hat auch ihren weg hierher gefunden die wird bemalt und noch so ein paar silverness einheitlich die gefallen mir einfach ziemlich gut die modelle deswegen wird es auch da im kommenden jahr ja das ein oder andere video zu geben sobald ich mir da auch wieder mit einem farbschema einig bin dass das dauert bei mir immer so ein bisschen bis ich da was gefunden habe was mir dann auch langfristig gefällt ja und dann müssen wir auf das nächste einfach mal schauen was sich so ergibt aber grob geplant sind auf jeden fall blood angels und silverness und halt der lord of change den ich noch habe und auch gerne bemalen möchte das sind auf jeden fall inhalte die nächstes jahr kommen werden ja an der stelle möchte ich mich auch schon einmal bei euch allen bedanken für das jahr 2020 dass ihr so fleißig meinen kanal abonniert habt dass ihr so fleißig meine videos kommentiert habt dass das finde ich immer wahnsinn dass ich auch da doch finde ich recht viel rückmeldungen von euch bekommen da freue ich mich immer drüber auch über die ich sage jetzt mal die standard gäste hört sich blöd an ja für die treuen kommentare schreibe unter euch an euch geht auch ein herzliches danke raus ich freue mich jedes mal dass ihr teilweise wirklich jedes video mit einem kommentar von euch verseht dass das ja freut mich und ja da möchte ich mich bei euch allen auf jeden fall herzlich bedanken nächstes jahr werde ich auch die 1000 abonnenten marken knappen knacken das wird glaube ich dieses jahr nicht mehr passieren aber das ist gar nicht so schlimm ich bin eigentlich weiter mit den mit allem wie es mir überhaupt hätte vorstellen können vor anderthalb jahren von daher bin ich doch sehr zufrieden mit meinem kanal zumindest mit der entwicklung hier wie er sich so da gibt und bin auch sehr zufrieden mit meinen zuschauern und meinen abonnenten da auf jeden fall ein herzliches dankeschön an euch alle und ja ich wünsche euch schon mal einen guten rutsch ins neue jahr hoffen wir dass das insgesamt ein schöneres jahr wird drücken wir die daumen und ja kommt gut rüber ich wünsche euch alles gute und ich würde sagen wir beginnen dann jetzt mit der bemalung dieses video wird unterstützt durch gut haben ja dann starten wir mal mit der bemalung das modell habe ich wieder in vier teilen bemalt also wir haben die beiden arme oberkörper und die beine die habe ich getrennt voneinander bemalt das hat einfach den vorteil dass ich einfacher an manche bereiche dran komme und man nicht die ganze zeit das modell irgendwie auswuchten muss in der hand oder irgendwie händeln muss das ist ein bisschen kompakter und schöner zu malen zu den farben sei gesagt ich habe bin am überleben überlegen ob ich auf valeo farben umsteigen soll von den citadel farben da tue ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwer mit mit diesem umstieg weil mir doch viele farbtöne sehr gut gefallen und ja die einzelnen farbtöne natürlich eins zu eins so nicht unbedingt bei valeo verfügbar sind vielleicht mache ich auch ein mix das kann ja auch gut machen aber grundsätzlich hatte ich eigentlich überlegt auf valeo umzusteigen zum einen ist ein bisschen mehr in den farben drin die sind etwas günstiger ja und ich hatte doch häufiger mit hellen citadel farben probleme dass die einfach schon verklumpt aus der niegelnagel neu in verpackung kommen das ärgert mich eigentlich immer wieder klar kann man umtauschen aber das ist finde ich einfach so eine sache das muss nicht sein ich möchte ein produkt kaufen dann möchte ich nicht direkt umtauschen müssen weil es mal wieder verklumpt ist also das an der stelle aber gut deswegen benutze ich hier ein paar leo farben alternativ kann man natürlich auch statt diesen farben auch die ganz normalen citadel farben nutzen wie gesagt hier kann jetzt einmal gory red zum einsatz damit habe ich das gesamte modell einmal besprüht von oben von unten von allen seiten damit er mit der junge einfach schön rot einfach wird im nächsten schritt habe ich kamin red von dem model colors von valeo mit der airbrush aufgetragen und habe damit begonnen den farbverlauf diesen hell dunkel verlauf er auf den dreadnought aufzusprühen anders wie sehr häufig oder üblich habe ich den farbverlauf sogar umgekehrt das heißt ich habe eher die unteren teile hell und die oberen teile dunkel gemacht das hat jetzt nicht unbedingt was mit einem realistischen farbverlauf oder lichteinfall zu tun sondern das war einfach eine entscheidung weil es mir so rum persönlich einfach besser gefällt deswegen habe ich die farben so gewählt auf der anderen seite könnte man natürlich sagen dass ich eher die hervorstehenden teile heller gemacht haben die zurückfallenden teile dunkler dadurch hat man vielleicht auch noch so ein licht und schattenspiel das vielleicht zu bestätigen auf den kniepanzern zum beispiel habe ich den oberen bereich dafür hell und den unteren dann wieder dunkel gemacht ja also mir gefällt es vom farbverlauf von dem hell dunkel verlauf persönlich sehr gut so auch wenn es vielleicht nicht unbedingt dem realistischen lichteinfall widerspiegelt aber wie gesagt das ist auch eine art von günstiger freiheit die ich mir jetzt einfach hier genommen habe und deswegen sprühe ich jetzt hier die farbe ungefähr zu sagen zwei drittel auf die flächen auf den restlichen dritten lasse ich die farbe die wir zuvor aufgetragen haben einfach stehen im nächsten schritt habe ich dann dem kamin red etwas bloody red hinzu gemischt auch eine game color farbe von valeo eigentlich wollte ich die farbe pur nutzen dieses bloody red aber der farbton ist mir doch ein bisschen zu sehr ins orange gehende deswegen habe ich die beiden farben kamin red und bloody red ungefähr 50 50 zusammen gemischt und habe damit dann die farbverläufe auf dem retort weiter aufgesprüht also den unteren bereich der frontplatten damit aufgehellt ungefähr wieder zwei drittel wenn man so will von der fläche die zuvor gesprüht besprüht worden ist und jetzt zwei drittel wieder mit diesem farbmix besprüht und kniepanzer nach oben hin wieder heller werden schulterpanzern von oben nach unten heller werden und obendrauf das dach natürlich auch wieder ein bisschen heller so ist im prinzip diese farb komposition wenn man so will auf dem dreadnought im nächsten schritt kommt wieder ein euro zum einsatz welches ich mir selber an miche mit feuerzeugbenzin und schminke ölfarbe und das ganze ziehe ich dann hinterher auch wieder mit einem wattestäbchen von dem modell so weit runter dass nur die vertiefungen und die hinterliegenden kanten bereiche dann auch dunkel sind klar man hat hier natürlich eine gewisse geruchsentwicklung die nicht sonderlich schön ist muss man sagen und die auch sicherlich gesundheitsfördernd ist das muss jeder für sich selber entscheiden ob er das macht alternativ könnt ihr an diesem schritt wenn er das hier nachmachen solltet auch null nehmen dieses würde ich allerdings dann 50 50 mit lamia medium verdünnen und dann möglichst gezielt nur in die kanten rein malen und das dann nicht so aus ganz gesamte modell auf malen das wäre so der tipp ja wie kann wenn das öl wasch aufgetragen das wird das ganze mit dem wattestäbchen wieder runter gewicht und damit ist dann auch dieser schritt soweit fertig im nächsten schritt habe ich mit wild rider red die kanten akzente gemalt hierbei bin ich mit dem pinsel mit der pinsel seite nicht mit der spitze einfach über die gesamten kanten des modells rüber gezogen rüber gefahren und habe damit einfach dann ja die kanten akzente erzeugt das ist gerade bei so einem großen modell mit so geraden lang gezogenen kanten eigentlich relativ einfach muss ich einfach nur so ein bisschen die zeit dafür nehmen das kurz umzusetzen und dann klappt das eigentlich ganz gut nun werden mit led belcher alle silberne elemente des dreadnoughts angemalt da muss man einfach mal schauen was einem persönlich zusagt was man selber haben möchte ich habe mich dazu entschieden die beine an alles das was unterhalb der panzerung bein panzerung ist silber zu machen genauso bei den armen das eigentlich nur die schulterpanzer rot ist der rest sollte dann in silber bei mir sein die innenseite der energie faust der finger wurden silber gemalt die gettling gang auspuffrohr also muss einfach mal schauen was man persönlich einfach in dieser farbe haben will da gibt es glaube ich kein festes konzept das kann man machen wie man möchte nach den silbernen stellen kann dann noch die goldenen stellen da habe ich zum einen den sarkophag bemalt einmal von der umrandung von vorne mit gold und dann bin ich ungefähr so ein zwei millimeter auf der oberkante an der seite habe ich ebenfalls mit dem gold gemalt um einfach diese umrandung noch mal so ein bisschen hervor zu heben damit das nicht so drauf gesetzt aussieht sondern dass es wirklich wie so eine leiste aussieht die einmal rumgezogen ist um den sarkophag dann wurden ja einzelne elemente am flammenwerfer unter der energie faust in gold bemalt auf der rückseite sind so komische ich weiß nicht was es ist die aber ja von gold gemalt zwischen den auspuffrohungen oben den totenschädel und an der gettling an der gurtzuführung da sind diese spangen die einzelnen glieder hier festhalten die habe ich auch in gold bemalt einfach und dann noch mal so ein kleines akzent zu setzen damit der gurt nicht allzu langweilig aussieht und viel mehr habe ich dann dem modell auch gar nicht in gold anmalen müssen ja punkt 8 ist eigentlich so ein punkt hätte ich mir eigentlich sparen können den hätte ich auch mit punkt 4 zusammenlegen können und zwar war es eben zuvor eigentlich die da hatte ich ja schon die roten bereiche einmal mit dem oilwash behandelt und soweit fertig gemacht dann habe ich erst die silbernen bereiche bemalt das das war jetzt nicht so clever denn die silbernen und goldenen bereiche wollten natürlich jetzt auch noch mal mit einem shade bemalt werden deswegen habe ich das ganze noch einmal wiederholt das heißt ich habe das oilwash auf alle silbernen stellen aufgetragen das sehen wir jetzt hier in dem fall nicht und habe es dann mit einem wattestäbchen und dem feuerzeug benzin in den bereichen darunter gezogen und damit waren dann auch die silbernen und goldenen teile so weit fertig schattiert zwischenzeitlich habe ich auch die decals aufgetragen auf das gesamte modell und habe das ganze modell mit einem mattlack versiegelt das hat den grund dass wenn man mit so ölfarben arbeitet die sehr lange brauchen zum trocknen und wenn man das dann nicht versiegelt dann hat man ständig also ölige finger beziehungsweise ja man hat schwarze finger wenn man halt ein schwarzes ölwash benutzt hat deswegen gehe ich dann hinterher nach dem schaden her und bringe die decals auf dann wird das ganze mit einem mattlack versiegelt und dann lässt sich das schön bemalen in dem schritt den wir jetzt hier sehen bin ich noch mehr her gegangen und habe einzelne kanten akzente noch mal etwas hervorgehoben indem ich wild war der red mit cadian flash und vermischt habe um dann noch mal gezielt einzelne bereiche dann mit diesem farbmix noch mal ein bisschen hervorzuheben hier diese kanten akzente habe ich allerdings nicht auf die gesamte länge der einzelnen bereiche gemacht sondern wirklich nur punktuell hier und da ein bisschen die kanten aufgehellt im anschluss habe ich damit die henna gold alle goldenen elemente wieder etwas aufgehellt das ist auch ein sehr schöner warmer gold ton der eigentlich ganz gut finde ich zu dem rot passt also wirklich vorsichtig aufgemalt so dass es in den vertiefungen quasi nicht hinkommt dass nur die hervorstehenden bereiche mit der farbe benetzt werden um einfach auch die ganzen shades und dunkleren farbtönen die man zuvor aufgetragen hat dass die halt auch erhalten bleiben die silbernen elemente wurden dann mit umfangs deal aufgehellt und im prinzip genauso wie es zuvor mit dem gehenna gold gemacht habe bei den goldenen stellen bin ich jetzt her gegangen und habe mit dem helleren silber die silberen bereiche aufgehellt mit ultra grey habe ich dann die acht granaten der granatwerfer gemalt und auch unterhalb des aquilas diesen bereich wo man namen drauf schreiben könnte oder so dieses wurde jetzt alles einmal mit ultra grey vorsichtig bemalt um auch hier noch einen kleinen farblichen akzent quasi zu erzeugen dann wollte ich oben die zwei lampen und die linse die er der dreadnought oberhalb seines sarkophages hat bemalen das wurde ich allerdings relativ einfach halten deswegen habe ich diese bereiche einfach weiß angemalt und dann mit tesseract glow einfach ausgemalt damit waren die bereiche schon fast soweit fertig an der stelle kam dann doch einmal null oil zur anwendung und zwar habe ich damit die zuvor mit ultra grey bemalten bereiche einmal abschattiert einmal grob mit dem shade bemalt und dann waren diese sachen auch schon soweit fertig und der linse und der lampe die ich zuvor mit tesseract glow bemalt habe noch ein bisschen tiefe zu geben an den kanten habe ich mich dazu entschieden mit bildern green shade einfach diese bereiche anzumalen so dass die vertiefungen etwas dunkler werden und damit waren für mich diese bereiche auch schon soweit fertig ich bin nicht ganz zufrieden mit diesen beiden lampen mal gucken vielleicht ändere ich das in zukunft noch aber für den moment ist völlig ausreichend und zweckmäßig mit corvus black habe ich dann noch einmal den sarkophag den die schwarzen bereiche des sarkophages bemalt und damit der wieder ein bisschen sauberer und klarer daher kommt und auf der rückseite des modell ist die das adeptus mechanikus zeichen dieses zahnrad auch zur hälfte noch einmal bemalt und damit war dann auch der bereich soweit fertig ja das war die bemalung meines blood angels redemptor die bemalung hat mir wieder sehr viel spaß gemacht das modell an sich gefällt mir eigentlich sehr gut vom design her also würde ich glaube ich gern noch ein zwei anmalen einfach nur weil es so viel spaß macht die dinge anzumalen ja ich hoffe euch hat das video gefallen hinterlasst mir gerne einen daumen nach oben ein kommentar abonniert meinen kanal wenn ihr mich weiterhin da unterstützen wollte in richtung tausend würde mich sehr freuen ich wünsche euch alles gute kommt gut ins neue jahr und ja wir sehen uns dann 2021 wieder müssen wir gucken ob ich direkt schon in der ersten januar woche was startklar habe oder vielleicht auch erst in der zweiten ich bin da aktuell so ein bisschen schludrig geworden weil ich einfach so nebenher noch einiges zu tun habe komme ich leider nicht immer dazu jetzt aktuell jede woche ein video raushauen das ist immer noch mein ziel aber ich habe es jetzt in den letzten wochen tatsächlich nicht geschafft wöchentlich ein video zu bringen ich muss mal gucken ob ich das irgendwie anders vielleicht noch hinkriege einige kanäle machen ja auch so hobby updates das finde ich eigentlich immer sehr interessant und die schaue ich höre ich mir auch sehr gerne an da habe ich auch schon überlegen ob ich sowas vielleicht in zukunft auch machen soll das sind ja doch einige sachen die mir hier auf den maltisch kommen und ja da wäre es halt einfacher auch ab und zu mal so ein video dazwischen zu schieben als jede woche ein modell zu bemalen ich muss mal schauen also 2021 wird auf jeden fall spannend da habe ich mir schon einiges vorgenommen und ja noch mal ich wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal ciao